So Leute, Casino Club, Baller Casino am Start hier, Flowers, einmal eine schnelle Runde, zum antesten, zum anspielen, auf 60 Cent, habe ich auch noch nie gespielt, vielleicht kommt ja was. Wäre natürlich schön, wenn Freispiele kommen würden, zum testen, schade. Flowers. Schade. Oh, verdammt. So, Fokus addiert, jetzt gehen wir da. Jetzt kommen drei Chancen, gib mir immer Freespins. Schade. 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 Naja, ich wollte einmal so gern die Freispiele sehen. Es kann noch einmal Freispiele geben, was ist denn los? Was wollte ich denn präsentieren, wie schön ist das? Wir können doch jetzt nicht ohne Freispiele aufhören. So, jetzt komm. Oh, wieder nicht. Hässliche Blume. Immer so 10 Cent, 20 Cent. Klingt ja nix. So Leute, ich mach noch 10 Spins. Also, 10. 9. Ich wollte euch das so gern mal zeigen, die Freispiele. 8. 7. Ich kann immer pushen. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Der ist nicht gekommen. Er hat nur genommen jetzt. Gut Leute, Flowers konnte ich euch nicht zeigen. Keine Freispiele gekommen. Tut mir auch leid. Hättest euch so gern einmal gezeigt, den Modus. Also, ich bedanke euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. 2. 3. 5. 10.